dieses erste kapitel uns jetzt mal zu gemüte und wir sagen auf los geht's los unter kleiner unter kleiner flagge 1942 nordafrika ok unter kleiner flagge 1942 gehe als einer der ersten freiwilligen der neu gebildeten spezial bohrt missionen ok das ist alles englisch warum das nicht kann keiner so gut oder gar nicht wie man gerade mitgekriegt hat in einem paddelboot ok wir sind im paddelboot 750 kilometer hinter den feindlichen linien an land die 750 kilometer hinter den feindlichen linien an land sätze springsätze schmutzige tricks und schwarzen humor gegen die deutsche luftwaffe ein ok gut oder auch nicht gut das jetzt gut wird oder nicht gut wird weiß ich auch nicht wir spielen auf einfach wie man gesehen hat und dann würde ich sagen london england frühjahr 1942 bisschen größer und bis dahin viele spring zurück nach mal und bis dahin hier schweigen Das war's für heute. Du bist Billy Bridger? Es sagt, auf meinem Pad hier, kriminelle Use von Explosives, Assault, Attempted Arm Robberie, Arson, Attempted Arm Robberie. Du hast es versucht, die gleiche Bank, drei Mal? Nein. Oh, ja, du hast es. Weil du Billy Bridger bist. Du bist der Sonne von Big, Bad, Horrible Armour, Bridger. Ich bin ein fucking Bridger. Gib mir das fucking Geld. Das ist dein Vater, nicht? Also, wie kommt er, dass du nicht mit dir gesetzt hast? Ich habe alle diese Träume von dir. Oh, ja. Ich habe ein kleines Erachtens für dich. Ich habe eine Unite. Du wirst es wirklich lieben. Es ist direkt auf deine Straße. Deine Art. Und es muss besser sein, als du da bist. Ich werde alles gut sein. Was ist das eine Unite? Ich erzähle mich, Bridger. Du möchtest den Seaside? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein schönes Luch. Hier ist ein schönes Luch. Ich trage dich an eine Kornet. Das war's für heute. ok und da keiner flagge das ziel folge tja da ging es ich kann nicht schneller da ging es uns doch wohl nicht so gut war jetzt können wir sprechen was haben wir hier drinnen gucken was hier ist oder nicht folgen wir den was ist gerade mein magen sehr leer ok warum das nicht auf deutsch ist keine ahnung ok warum müssen wir denn jetzt da lang ja ich komm hier schon ich habe sie dann um zu ach so Ich weiß gar nicht, ist das laut genug eigentlich? Oh Junge Ah, ja ok, drücke Kuhumfingers Schampflätze wäre geil, und da steht noch einer? Ok, jetzt haben wir hier irgendwo was in der Nähe, schön, nö. Da hinten haben wir noch was, ein Auto, ein Melken mit einem Geschütz, könnte es sein. Eine Schüssel, die haben eine Schüssel, oder? Jetzt ist Licht. Ok, jetzt sollen wir das Finger dafür ablegen? Ja, genau, genau. Ähm, nein. Finde gesicherten Waffenstationen. In Waffenstationen liegen... Klappt das? Das hat geklappt. Das hat schon mal geklappt, das ist doch schon mal gut. Ehre halten? Was ist das denn eigentlich? Das wäre schon eine Schrotflinte, ne? Ja, so eine Schrotflinte will ich ja nicht. Kuh, aussichtspen-punkt! Achso, äh... Okay, wo ist denn der Hangar eigentlich? Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Da vorne ist einer. Kann er sich weiter herangezogen werden? Da muss er ja irgendwo hin, ne? Oh. Nein. Nein. Oh. Das ist ja was. Oh. 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 es geht okay aber das ist mir irgendwie zu einfach hier gerade das ist ja die die wir auch haben was ist das hier das ist eine flinte oder sowas wir müssen dahin ich glaube ich glaube doch irgendwann auch hier in schins und verderben weil ich mich so sicher hier fühl wir sind dahin das berg sie sind da hinten sind noch nicht welche weil das die das nicht gehört haben sind das sie? aber ich will erst mal zu dem berg da hinten hin also zu dem da ach kann ich nicht in die hang kann ich nicht das auto nehmen? brrm 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 ja wir müssen da hin das ist mir schon klar frische 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 da ist ein auto das wir sogar verwenden könnten da ist ein berg was hat denn ein objekt dazu bedeuten können wir die nehmen können wir den kriegen ne ist zu weit weg waren die anderen denn noch ein und 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 wo war denn jetzt der berg oder ist das dieser berg hier oder schreiben wir uns von da oben wo man auch immer noch welche oder nicht wo waren die denn noch warum sind keine drinnen wahrscheinlich kann man sogar noch mehr durch rennen hier waren da hinten und hier da waren irgendwelche da hinten noch da ist der eine da ist der andere wie kommen wir denn da am schlauesten jetzt dichter ran 3 ist granate nein 3 scheiß ok den haben wir so ok da kommen wir von wo hier scheiß die haben ich gar nicht gesehen ok so sammeln wir das jetzt mal ein was ist das eigentlich für eine waffe ok das sieht doch schön besser aus oder da können wir reingehen ok aber ist das so gut so schlau damit ein fahrzeug hinzufahren ich weiß es ja nicht ich weiß es ja nicht Gegner die Gegner suchen nicht mehr aktiv nach dir ok wo sind die denn eigentlich ok und jetzt wirst du wo sie sind oder waren ok das ist ein fahrzeug ist auch voll gut dass ich jetzt hier so volle püree stehe ok also das ist der hangar ach da steht einer ok da läuft einer ok und sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen wieder verstecken hier ja ich weiß nicht ob das für euch interessant ist wahrscheinlich schon so ein bisschen vielleicht ich weiß nicht ob das für euch interessant ist wahrscheinlich schon so ein bisschen vielleicht hier sind doch bestimmt auch noch welche oder sonst ist da ich weiß nicht ob es aber bleibt muss sie nicht nix für mich die ausschalten denn eigentlich da kann man ja fast gar nichts mit sehen das ist gut oder nicht so gut das speichert was hat er mir erzählt mit der waffe hier das ist doch viel besser oder wir testen das einfach mal hier und zwar bei dem da der keinen helm auf hat das ding ist auf jeden fall auch besser als im fernglas für ein rohr ist das eigentlich so schlau was ich jetzt mache wahrscheinlich nicht das ist doch bestimmt noch mehr oder nicht komm wir gehen doch nochmal eben wieder zurück hier so du 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 Vielen Dank.